haben wir jetzt eigentlich beide unsere vier kameraden dabei jeder oder ist das wieder aufgeteilt eigentlich ja letzten noch so eine sache wenn ich mir besser sagen soll wie es geht und müssen wir stimmen ich meine party machen also bringt das nicht so müssen wie viel versteht sowieso dann nur die hälfte und dann übrigens auch nicht viel für dich ich habe doch das kennt oder nicht so kein problem plätzen jetzt du musst doch die mission haben wir nicht planer planer hat bereits planer fahrer die mission steht bei mir ja wir sind die mission verdammte scheiße hier hinterhalt in der wüste abgeschlossen was musst du machen ich soll wieder zurück gucken wir was für ein knall in der hand hatte der eben gerade hast du bestimmt gesehen keine antwort hast du es nicht gesehen warum wie sind zeigten wir jetzt hier hinlaufen wie sind zeigten wir jetzt hier hinlaufen wo ist totaler schwachsinn war gott sowas hasse ich muss wieder raus laufen gucken was ich jetzt suchen muss jetzt musst du das machen wo ich schon mit fertig bin dann sammeln wir schnell mussten ja auch kleiner skorpion umbringen du musst überreste von leuten finden vor allem sind glaube ich überreste von leuten oder 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 Oh! Riesenskorpion! Geil! So, damit bin ich fertig. Ich muss nur noch Hinweise finden. Ich habe jetzt die Gruppen auch weggeschickt. Stellen Sie sich 2 of 8. Okay, ich bin fertig. Ich muss nur noch zu 2 of 8 gehen. Was musst du noch machen? Gut. Ich geh mal hier raus. Ich geh mal zurück. Ich hab keine Lust hier so lange zu kämpfen. Ich werde mich zurück beamen lassen. Bye Bye! Ihr könnt weiter kämpfen. Ich muss das die Borg nicht immer auf Borg nennen. Ich muss das die Borg nicht immer auf Borg nennen. 2 of 8 und so ein Scheiß. So, ich muss schon weiter drauf. Stimmt, dass ihr dort. Lauf du mal hin. Ich war zu lange. Wir kommen ab, die wieder zugekommen sind. Ich glaube ich werde mit demnächst die Klamotten des Romulaners ändern. Äh, Romulaners. Aliens meine ich. Ist irgendwie noch eine Zeit langweilig aus oder nicht? Hättest du die Busse dann halt nicht größer machen können? Hättest du Spaß? Hättest du Spaß? Schnellig. Gott verdammt. Ja ich geh hinten raus. Nüsst ihr auch den Hinterausgang? Mal sehen wer schneller ist. Wo bleibst du denn? Lahm Arsch Ja, ich kann die Abkürzung hier schon So auf wie ich diese Scheiße mache So Und du hättest gemütlich schon meinen Teleporter, ne? Du Arschgeige, du! Ist ein blödes Stück Scheiße, du, oder? Ein kleines Stück Dreck, du Das ist so Das ist so Wir müssen gleich die Königin killen Alter, wir sind runtergestuft auf Level 26 Oh geil, echt geil hier Oh geil, echt geil hier Hm? Ich denke nicht, weil wir nämlich für diese Mission so wenig EP kriegen Auf, äh, dem hier kriegen wir nicht so wenig EP Ich denke mal 55 ist drin Vielleicht auch ein bisschen mehr Oh, ich hab Tranja gekriegt Äh, Tranja ist ein blaues Getränk Eine blaue Sache, die zum Verzehr gedacht ist Tranja kriegt man nicht so häufig Ist nicht gut, Tranja ist gut 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 Kann man gut nur von, äh, bestimmte Tür zu stüchten Das Ding ist, glaub ich, 110.000 wert Was, sag ich, Tranja Oder was haben wir hier? Weiß nicht mehr Ich werde mir nachdenken Computer, eine Bahn und so irgendwie Dinger entzündet So ein Laufenbild, Arsler Der läuft ja immer so langsam Du sollst laufen Endlich Neh mich weg, Scotty Ey, ich hatte recht, ne Die ganzen NPCs, die wir dabei haben, sind alle meine Ehh, genau Ehh, genau Fertig Abschließend Fertig Fertig Abschließend Oh, Hilfe bekommen wir mehr IP Oh, Hilfe kriegen wir mehr IP Nehmen den Kopf, woher wir gemacht Eins von drei wir haben doch gar nichts gemacht weißt du was gemacht zwei von drei und die verstärkung in der bar wir werden auch schon langsam alkoholiker so wie wir in der bar sind ich soll hier in die bar gehen moral sterben was bringt mir das? nichts